Hallo, Pater Rapport, es ist Jungs gut, ich bin Christian Emschelmeier und wir haben mal wieder eine Datingfrage, meine Kursen und auch die Ausbildung, die wieder losgeht bald, findest du auf libysche.de Und ja, schauen wir mal, eine Frage von Kasleczkola, lieber Christian, ich binge seit kurzem nach Weihnachten eine Videos- und Liebeskummerkurse, vielen Dank, aus aktuellem Anlass schreibe ich sie nun, da mein Ex letzte Woche meiner Familie WhatsApp geschrieben hat, er hat sich in dieser Nachricht bei meiner Familie bedankt, wie wohl er sich gefühlt hat, wie schön er es fand in die Familie aufgenommen zu werden, was soll das? Pff, nix, was soll das sollen, er ist ein richtig lieber Typ, bis auf die Geschichte mit mir, wir haben uns auf der Hallenhalmer Börse getroffen, ja, also Datingbörse, ersten Monat nur geschrieben, ja, not what I teach, er auch sehr in all, all in mit Christian und willst du mit mir gehen? Leute, wer schreibt denn heute noch, willst du mit mir gehen, ey, are you fucking serious? Echt, aber das zählt alles nicht, ich kann immer wieder sagen, zählen tut nur alles die Zeit, die man sich sieht, so ein dummes Rumgelaber auf einer Dating-App zählt gar nix, null. Das ist immer nur Worte, 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 ne? Aber willst du mit mir gehen, ist schon echt krass, ey, wo sind deine Standards? Sodass bei mir das volle Luftschloss-Fantasieding aufgebaut wurde, ich war schon vor unserem ersten Date verknallt, gleich riesiger Fehler, resultierend aus völlig leeren Eimern, er hat dann nach einem ersten Date gebeten und traf uns auf der Hälfte unserer weiter Wohnorte. Toller Abend mit viel Chemie, abends knutschen, wollte uns nicht trennen, wir nahmen uns ein Hotelzimmer, machten uns frisch und gingen abends, Händchen halten, essen. Ich habe klargemacht, dass es nur um die Übernachtung geht und ich nicht mit ihm schlafen wollte. Es kam dann doch dazu und irgendwie fand ich bis heute, dass er damals bereits nicht meine Grenzen achtet. Wobei, vielleicht war ich auch etwas naiv von mir gedacht, aufgrund männlichen Testosterons. Ja, ich weiß gerade nicht so richtig, was ich jetzt so sagen soll. Also natürlich soll der Mann deine Grenzen achten, ist ja klar. Ich weiß gerade nicht, was ich jetzt so sagen soll. Vielleicht muss man sich auch manchmal stärker klarer sagen, dass er es sonst nicht will. Und dann es auch wirklich nicht machen. Zwei Wochen später, das zweite Date in seiner Stadt, direkt zu seinem Geburtstag mit all seinen Freunden, wurde ich als Freundin präsentiert. Naja, hört sich erst mal, naja, okay. Wir besuchten uns dann so circa alle 14 Tage, aufgrund des großen räumlichen Abstands. Zwei Monate später wurde ich seiner Familie vorgestellt. Weihnachten verbrachten wir separat mit unseren Familien. Okay, im Januar der erste Wochenendurlaub mit seinen Freunden. Es lief super, sowohl Chemie als auch Kompatibilität, sofern einschätzbar. Okay, nach sechs Monaten dann der erste große Lockdown. Fortan waren wir jedes zweite Wochenende bei mir. Wir hatten ein super 2020 und haben uns im Rahmen der Möglichkeit eine tolle Zeit zu zweit gemacht. Dann hatte ich selber Corona, obwohl er beide Wochenenden rund um den Ausspruch meiner Symptome mit mir zusammen war. Ließ er mich die folgenden Wochen im Stich und allein. Ich sprach, ja gut, Corona, was ist eben auch immer so eine Sache, dass sind viele so angetriggert und so viele Ängste. Naja, ich sprach ihn nach vier Wochen darauf an, dass er hier meinen Standard, meine Erwartungen verletzt. Und er sagte, dass er Angst hatte, sich anzustecken. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich würde dann ein sehr konstruktives Gespräch mit ihm und nach ein paar Wochen kam er zu Weihnachten vor mir. Wir hatten eine tolle Zeit. Bis hierhin ist ja eigentlich alles okay, so mehr oder weniger. Im Februar sagte er zu mir, dass er sich das ganz toll vorstellen könnte, mit mir zusammenzuziehen. Also wenn ich das so richtig sehe, seid ihr dann jetzt auch schon eine ganze Zeit zusammen. Seit 1919 ungefähr sind wir, ja, sind wir anderthalb Jahre, glaube ich so. Unbeabsichtigtes Future Faking. Wenn es unbeabsichtigt ist, dann ist es ja eigentlich, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, weiß ich nicht. Das sind Begriffe, die eigentlich mehr in der früheren Phase der Beziehung eine Rolle spielen. Auf meine Frage, wie das denn jetzt weitergeht, sagt er ja, keine Ahnung, soweit war ich noch mit keiner Frau. Ja, ich habe mich jetzt so verstanden, er will mit dir zusammenziehen, oder? Im weiteren Verlauf kam es aber zu keiner Reaktion von ihm, also weder Wohnung angucken, etc., bis ich ihn im August fragte, was das solle. Dass ich quasi auf seine Aussage direkt Umzugskartons im Keller sortiert habe. Rotter und Patentaten passen doch hier schon nicht, oder? Und da kam es noch besser. Also bis hierhin fing es alles noch eine, ja, gut. Ist ja nicht immer alles perfekt, aber jetzt, jetzt glaube ich, quer. Ja, ich fand heraus, dass er während unserer einmonatigen Schreibphase, wo er mir bereits das Lufschluss aufbaute, mir auch mehrere Mädels gedatet hat und geküsst hat und sogar in der Woche unseres Dates eine andere gewögelt hat und so verliebt war. Ja, ist natürlich nicht schön. Ja, also ist nicht schön, ja. Ja, aber ich meine, technisch habt ihr kein Commitment gehabt, aber ich verstehe schon, das passt nicht zu dem, was ihr geschrieben habt. Aber deswegen sage ich auch immer, schreiben ist völlig wertlos. Muster ohne Wert. Für mich heute nach deinen Kursen ein sehr schwer durchsetzbarer Deal-Raker, denn in der Dating-Phase, das ist ja noch nicht mal eine Dating-Phase, ihr schreibt euch ja nur, ne. Kann mir ja schlecht monogames Dating verlangen, ja. Aber dass das irgendwo alles nicht zusammenpasst, sehe ich natürlich auch so. Aus heutiger Sicht denke ich, was für ein Quatsch, in einer Woche zwei Frauen durchnehmen und verliebt zu sein, was ist das wert? Ja Gott, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber Gott, mich wundert ja mittlerweile gar nichts mehr und man macht halt, was man kann, was man so durchsetzen kann. Und jeder, also viele denken immer erstmal an sich und, aber es passt nicht zu dem, was er da an Gesülze von sich gegeben hat. Aber ich finde es schon auch immer, wenn zu viel rumgesülzt wird, finde ich auch schon immer ein bisschen schwierig. Aber kann man auch nicht so zu 100% sagen. Gut, dann... Muss er sich da bereits runterregulieren? Ja, der von uns hat natürlich schon mal Scheiße gebaut, wenn wir da jetzt so, weiß ich auch nicht, wenn man da jetzt sagt, man darf sozusagen ab 16 nichts falsch gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber klar, so ein bisschen Affären, das ist natürlich nicht so schön, aber ich meine, ihr habt ja jetzt anderthalb Jahre ganz gute Beziehungen auf dem Buckel, ne. Okay, Fernbeziehungen, aber, ja. Er hat auch diesen emotionalen Harem, den du in einem Video beschreibst. Er hat sehr, sehr viele tiefgehende langjährige Freundinnen. Mit seiner besten Freundin hat er seit vielen Jahren viel Zeit verbracht, auch Urlaube zu zweit. Naja, das ist nicht verboten, ne. Sie hat ihn vor unserer Beziehung auch mal gefragt, ob die beiden zusammen Eltern in Freundschaft sein wollen. Aber das wollte er nicht, verneute auch jegliche sexuelle Anziehung, was ich ihm glaube. Trotzdem fliegen zwischen den beiden rote Herzchen hin und her. Ja, gut, aber das ist auch nichts wirklich Handfestes. Sie schreibt ihm auch Karten zum Geburtstag mit, ich liebe dich. Das ist alles nicht so richtig handfest, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, weiß ich ja drauf, wann ich jetzt über ihn herfalle, aber... Ja, er legt halt viele Kontakte und legt das breit an, aber das ist nicht verboten, so, ne. Ist auch alles so, was da bisher passiert, technisch kein Fremdgehen und... Klar, das am Anfang ist natürlich gar nicht schön, das höre ich auch so, aber... Das ist ja jetzt platonische Freundinnen und ja, also die Menschen sollten viel mehr sagen, ich liebe dich. Also, alles nicht so richtig handfest, aber gut, vielleicht einen nicht so die... Das, was du dir wünschst, das ist natürlich total in Ordnung, ne. Ach, es ist wieder so lang alles, ich gucke mal, ob ich das irgendwo abkürzen kann. Gut, dann war es so in der offenen Kur, da hat er dich nicht besucht. Okay, auch nicht so schön. Dann war jedes zweite Wochenende bei dir, drei Wochen gemeinsamer Sonderurlaub, Wunderurlaub, wundervoller Urlaub. Dann war irgendwie lauter Missverständnis oder Luft raus, wir sahen uns im August kein einziges Wochenende. Feiert nicht mal unser Zweijähriges, da er sich zwei Tage zuvor im Telefon von mir trennen wollte, mit der Begründung, er wolle gerade stärker seine Freiheit als seine Beziehung, die Beziehung sei mir am Plotz anbehalten. Ja, bis Gott, das kann passieren, ne. Im Trennungstelefonat fing ich an zu weinen, woraufhin er zurückruderte, aber der Schock saß tief, ich litt die folgenden Tage unter Panikattacken. Da kann man natürlich auch mal Therapie machen und so, muss ich so auch mal sagen. Aber gut, ist wie es ist. Mein größter Fehler, obwohl er sich getrennt hatte, beziehungsweise wollte, führte ich am nächsten Wochenende die Strecke zu ihm und versuchte zu retten. Ja, mein Gott, ist aber auch nicht wirklich schlimm. Dann habt ihr gemeinsam eine Wohnung gesucht, also es ging irgendwie weiter. Ja, aber bei ihm ist irgendwie die Luft raus, ne. Ambivalenz bei ihm. Aber er hat dann das mit der Wohnung irgendwie nicht gemacht. Ja, okay. Bringt immer mehr, wenn ihr die Mails ein bisschen kürzer macht. Das ist oft gar nicht so notwendig. Dann habt ihr euch über das nächste Weihnachten zerstritten. Aber seid ihr auch schon immerhin zweieinhalb Jahre zusammen, ne. Gut, dann hat er sich Weihnachten nochmal getrennt, okay. Bis er ging, quasi kein böses Wort, wir hatten eine liebevolle Beziehung. Ich fühlte mich total sicher, bis der Knallaufall ging. Ich habe, glaube ich, familiär bedingt, glaube ich, eher ein Problem mit Verlustangst. Ich habe ihn bis zu seinem Abgang eigentlich als sicher gewunden wahrgenommen. In meinen Augen hatten wir eigentlich keine toxische Beziehung, oder? Ne, überhaupt nicht. Nach nur sechs Monaten eckt mein Herz diesem Typen immer noch hinterher. Der immer überall ein gern gesehender Sonnenschein, worüber junger, lieber Typ ist. Total viele Freunde. Ja, also ich verstehe das Problem. Also, du hättest es fortsetzen wollen. Er hat es beendet. Er hat eigentlich nichts wirklich falsch gemacht. Er hat dich nicht betrogen. Er hat einfach keine Lust mehr auf die Beziehung. Und ja, das ist okay, ne? Und damit muss man ein Leben lernen. Vielleicht solltest du, wenn dich das so antriggert, diese Abhängigkeit da mal angucken an irgendeiner Stelle, wenn du willst. Aber was durch ist, ist durch, ne? Ich meine, das ist blöd, wenn man es nicht hundertprozentig versteht. Aber gerade, also Trennungen sind immer blöd. Und da wird auch nicht immer nicht alles gesagt, was man vielleicht denkt. Vielleicht gibt es da Sachen, die du auch nicht weißt. Das muss jetzt aber nichts Schlimmes sein oder so. Vielleicht hat er auch nicht alles erzählt. Aber so ist das Leben, ne? Beziehungen gehen auseinander. Und ich finde gut, dass du selber sagst, eigentlich war es nicht toxisch. Viele sind ja immer so, ja, es war toxisch, war toxisch. Nur weil einer einfach keinen Bock mehr gehabt hat. Aber ja, vielleicht geht dir das auch mal so, dass du irgendeinen Jungen abschießt. Und weil du auch sagst, ich fühle es einfach nicht mehr. Und dann ist es einfach nur ehrlich. Und bringt auch nichts, dich darüber in den Kopf zu zerfleischen, ob wer jetzt was falsch gemacht hat. Und weil manche Beziehungen haben einfach ein Ablaufdatum. Und dann ist der Ofen aus. Und das ist ja jetzt nicht nach den typischen sechs, sieben, acht Monaten. Nimm es an und hör auf, drüber nachzudenken. Und bleib nicht in dieser Idee, von dass es nur einen Mann gibt für dich. Das ist natürlich Quatsch, so, ne? Also das ist wirklich so ein Mangeldenken. Da musst du echt raus. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.